Ullreich, Alter. Ach nee, jetzt ist er nicht Ullreich, oder? Weiß gar nicht. Boah, Zeit! Ach doch, Ullreich. Super Heavy. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Ach, Scheiße. So viel rumgetribbelt. Oh. Oh. Jetzt schießt er. Klasse gemacht, stark gelockt. Also was rumgelockt wie hier, das geht mir echt auf den Sack. Jetzt der Schuss. Jetzt der Schuss. Elicic. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Mal. Bauer. Gibt es jetzt die Gelegenheit. Sie spielen die einfachen Bände. Ist es das jetzt. Uli! Wir brauchen das 2-0 und nicht das 1-1. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Superflanke! Verkopfball! Boah, aber es geht mal langsam. Jetzt vielleicht! Alter! Das ist ein Beruf jetzt hier. Und dieses Tor in Unterzahl zeigt doch, dass die Moral in dieser Mannschaft intakt ist. Sie müssen aber natürlich mehr investieren, um Tor zu schießen und belohnen sich in dieser Situation. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da gewinnt er den Zweikampf. Das könnte der Gelegenheit werden! Oh, ey, komm mit! Und mit dem Treffer liegen sie in vorn! Und jetzt liegen sie hier vorne! Und das mit 10 Mann! Die hecken sich richtig rein und die Führung riesig unverdient! 2-1! Hier ist noch alles drin! Mann, ich bin doch einfach ab! Äh... Ich... Triebe wieder zu viel rum! Und jetzt gehen sie über die Flügel! Da trennt er ihn vom Ball! Da verlieren sie den Ball! Da wär mehr drin gewesen! Jetzt müssen sie aufpassen! Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Oder geht am Gegenspieler vorbei? Mann, das gibt's doch gar nicht! Da kommt der Steilpass! Spiegel weiter und jetzt kann die Frage kommen! Und er schießt! Da ist der Torwart da gut gemacht! Das könnte jetzt gefährlich sein! Jaaaah! Der Kopfball war richtig gefährlich! Aber ganz, ganz stark gehalten! Das könnte die Chance werden! Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen! Paul Aguilar! Da kann er ihn stoppen. Ilicic. Und direkt zurückgespielt. Ilicic. Oh, Ecke. Weil es im Aus ist, es gibt Ecke. Morales. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Jetzt könnte es klappen. Morales. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Jetzt passt es auf den Spielstand. Sie sind hier überlegen und konnten ein weiteres Tor erzielen. Boah, ich könnte schon wieder ausmachen. Ich könnte schon wieder vieler. Nein, wirklich nicht. Alter, ich kann nicht. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Natürlich, die kommen auch immer ran. Das ist der Wahnsinn. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Abstoß. Ach man. An Freunde und Feind vorbei. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Morales. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Abwehr hat aufgepasst. Mein Gott, oh nie. Keine andere Option für den Referee. Tarantini. Da trennt er ihn vom Ball. Morales. da passt er auf wie machen die denn das gibt es jetzt die gelegenheit defensiv ist gut wird es jetzt gefährlich nein viel versprechende angriffen aber dann kommt doch noch einer dazwischen so natürlich kein problem und jetzt der schuss das macht er gut morales das könnte gefährlich werden jetzt ist er auf und davon macht er das tor da könnte super abgewährt hier ach man weiß wenn ich gewinne dann gehen sie vorzeitig raus dass ich ja nicht wie das geld bekomme der zwei jahre anfangen bin ich schlecht aber ich muss sagen 45 16 habe ich gar nicht so oft mit ihm gezockt aber die haben auch alle bessere mannschaften als ich ja das ist ja auch noch eine sache gut so immer jetzt hier feiern also wir sehen uns beim nächsten live stream oder nach beim youtube dann wieder adios amigos